So, willkommen zurück zu meinem Let's Play Together Resident Evil 5, die Gold Edition. Ja, unser Internet hat mal wieder gecrasht. Was, äh? Ja, es ist unser Let's Play Together. Ja! Ich weiß, aber ich war es gerade so zueinander, weil ich schon so gesagt habe, wo ich noch nicht mal auf die Aufnahme gedrückt habe für Frontfraps, aber okay. Das ist ja nicht schlimm. Also, was passiert mir wieder? Nur mehr. Und ich möchte meinen Raketenwerfer wieder im Inventar. So. Dein heißgeliebter Raketenwerfer. Die Elektrogranaten schmeiße ich weg. Wer braucht die schon? Die Pistole muss ich lassen. Ich habe ja für das Schrotgewehr fast keine Pistole mehr. Also, nehmen wir es hin. So. Gut, ich könnte mit einem Sniper schießen. Nein, ich will es dir nicht geben. Weiter. Das werden wir noch sehen. Geld! Pistole-Munition. Pistole-Munition. Karte. Einer ist tot. Der andere auch. Schrotgewehr-Munition. Der nächste tot. Wieder einer tot. Grünes Kraut? What the hell? Ja, ne? Und so. Und so. Dein Gebiet. Elektrogranaten. Ja. Das weiß man, ob ich die gerade weggeschmissen habe. Ja. Magst du nicht Scharfschürze spielen? Doch, aber ich brauchst du dir irgendwo hinstecken. Ich hab nichts frei. Ich hab dir einen. Ich hab dir einen. Gib mir mal eine Granate wieder an. Ich wollte dir noch was geben. Danke. War ja so klar. So, ich bleib mal hier. Ja, ist klar, ne? Und so. Ich komm mal zurück, ne? Weil irgendwie sind da jetzt Gegner. Ja, ich seh's. Wieder einer tot. Schön ins Herz geschossen. Jawohl. Danke. Amos Pfeil hat ihn getroffen. Gott, denn das ist jetzt ja. Ach, da. Der bleibt einfach unbekümmert stehen. Jawohl. Das war der Kopf. So, den anderen erwische ich nicht. Ich auch nicht. Doch, jetzt. Jetzt hab ich ihn. Okay. Ja, genau. So, wenn ich hier dran stehe mit der Granate. Im Ernst. Okay. Jetzt würde ich aber schon gern wissen, kommt da jetzt noch was raus oder nicht? Das ist komisch. Aber spätestens da kommt jetzt eins. Ja. Spätestens. Es ist schon da. Wie schnell das wie krabbelt. Okay, was ist jetzt? Warum? Ach, Mann. Oh, ach ja. Okay, Brandgranaten entferne ich ebenfalls. Wie mir dieses blöde Vieh auf den Keks geht. Nächstes mal darfst ja du gern vorausrennen. Wie mir dieses blöde Vieh auf den Keks geht. Nein, ich will sie dir nicht geben. Meine. Weil ich dachte, das brennt so schön. Weißt, dann kannst du draufschießen und dann war ich hin. Ja. So viel zu der Theorie. Magnum Munition, im Ernst. Magnum? Magnum Munition. Magno. Magnum Munition. Hier. Thanks. Juhu. Dann krieg ich denn endlich die Trophäe. Weiß ich nicht. Ich will sie endlich haben. Frag mich nicht. Ich bin zwar ein Trophäenjäger, aber deswegen habe ich nicht Ahnung, wann man jede Trophäe bekommt hier. Maschinengewehr-Munitionen brauche ich nicht. Aber ich nehme es für dich mit. Nein, verdammt. Nein, das ist schon wieder unternehmen. Eben lief es besser. Wie soll ich das Gefühl, es kommt gleich einer auf uns zu gerannt? Ah, okay. Ne, wir sind alle tot. Dann halt nicht. Oh, ich habe zweimal daneben geballert. Das ist echt nicht gut. Ich habe was für dich. Ja. Oh, ich sehe es. Thanks for the help. Geld. Schrotgewehr. Und Geld. Und er greift ins Leere. So wie immer, wenn du mitspielst. Und da hast du wieder die wunderschönen Elektrogranaten drin. Na, na, na. Willst du da haben? Okay. Soll ich mit diesen Mistdingern anfangen? Weiß ich nicht. So, die erste Schnacke. Wer will. Ja, du willst, okay? Jetzt kommt sie auf einmal doch zuerst raus, oder wie? Das ist unterschiedlich anscheinend. Aber dieses, die Marken scheint die auch nicht zu beeindrucken, so richtig, wa? Eben, das verfugt das Mistvieh, ey. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Was ist das ganze Magazin? Das ist wie die Jakob. Mensch. Verdammt nochmal, wieso ziehe ich sie so schlecht jetzt auf einmal? Ja, mal sterben jetzt. Mann. Noch einer, ich glaub's aber nicht. Ich fahr viel zu oft. Ich bin überhaupt nicht mehr stolz auf mich, ey. Ist da noch einer? Ich seh keinen. Bestimmt wieder hinten hinter der Hand. Okay. Ich seh keinen. Ich auch nicht. Soll ich rüberhüpfen? Soll ich, soll ich, soll ich? Ich, soll ich? Ich versuche dich zu decken, falls jemand kommt. Äh, du weißt, was kommt. Ne, aber die Musik ist ja immer noch an, da muss man auch irgendwo einer rumspinnen. Ich muss mit dem Magnum auch treffen. Ich hoffe, das war die letzte. So, jetzt haben wir die auch geschafft. Ja, es kann schon noch eine dritte kommen. Ja, aber wir haben jetzt zwei geschafft. Das ist ein Erfolg. Und dann versagen wir bei der dritten. Oh ja. Weil ich möchte mich ganz gern da hinten rein, aber da kann jetzt wieder eine rauskommen. Wo gehst du hin? Ich bin hier. Okay. Kommt hier nicht erst raus, wenn du hinten drin warst? Ja, das kann auch sein, aber ich... Ich will trotzdem gern da rein. Ähm. Ah, hi, da ist ein Gegner. Verstehe. Er ist also nur nicht rausgekommen. Äh, was ist das für eine Waffe? Soll ich jetzt zwei Sniper mit mir rumnehmen, oder was? Magst du einen Sniper? Ähm. Eigentlich nicht. Ja, nein, vielleicht letzte Chance. Sonst nehme ich. Was ist das für eine? H und K PSG 1. Ich dachte schon. Nein! Ich hätte kombinieren können. Thanks, Partner. Du hättest können. H und K PSG 1. Ähm, ja. Ist die jetzt besser, wenn die voll aufgerüstet ist, als meine, die ich jetzt habe, oder? Äh, was hast du denn für einen jetzt? Ja, definitiv. Definitiv. Weil mit deinem kannst du nur... Ja, mit deinem kannst du nur einmal schießen. Und mit der bleibst du zum Beispiel in der... Dings, wie nennt man das? In der... In der Schraubsützenansicht. Genau. Hier ist noch Gewärmungsunfall, falls du brauchst. Ich nehme mal die Blendgranate mit. Was auch immer sie bringen soll. Oh nein. Ob die Blendgranate gegen die was bringt? Weiß ich nicht. Finden wir was raus? Okay, kommt keiner. Mir soll zurecht sein. Mir auch. Äh, wir haben vergessen, den Hebel zu betätigen, richtig? Ja. Kein Saft. Okay, die Schnacke... Das ist ja auch nicht rausgekommen. Die Schnacke kommt auch. Dann. Soll ich so von der anderen Seite behaken? Ob das so eine sinnvolle Idee ist? Ich weiß ja nicht. Es wird noch nicht mal Kontrollpunkt. Gibt's noch nicht mal. Na toll. Gut, dann bleib drin. Um zu besser. Ja. Wo kommen die jetzt? Von da hinten, oder? Ach ja. Ja, genau. Ich renne jetzt direkt in die Granate rein. Typisch. Lass sie erst rüberkommen. Dann halt nicht. Ich wollte sie blenden. Ah! So ging das jetzt nicht. Ich wollte so ein Traus machen. Dann halt nicht. Dann hast du bleiben, weißt du? So. Kontrollpunkt. Na endlich. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Außer die Verwählung. Ja, hast du den da hinten nicht abgeschossen? Wann denn? Oh ja. Schießt genau dann ab, wenn... Das ist eine schlechte Situation. Aber ich habe wenigstens beide das Schild weggekommen. Ich hole das Ding mal wieder zu mir zurück. Na toll, wollte ich gerade machen. Bitteschön. Sehr schön. Bin drauf. Ja, ich... ...hab gerade Gegner am Weg. Ja, ich sieh's doch. Ja, ich weiß, mit nem Sniper aus der Nähe zu schießen ist eigentlich lame, aber... Na ja, besser wie gar nichts. Soll ich jetzt anhalten? So, da bin ich. Maschinen-Geber-Emulsion. Nein. Oh, warum bist du weitergelaufen? Ich wollte doch nur gucken, ob der Mooney ist. Ich wollte doch nur gucken, ob der Mooney ist. Ich wollte doch nur gucken, ob der Mooney ist. Oh, ja. Soll ich mitmachen? Ich habe keine Unrechnung dazu. Äh, ja. Stirb doch. Ich gebe dir was. Ich gebe dir was. Nein, verdammt. Ja. Warum? Ich würde danke sagen. Tja. Hat er sich jetzt gerade selbst gejagt? Nein, Landgranate. Okay, bei dem ist der Virus ausgebrochen. Ja. Definitiv so. So, Raketenwerfertypen sind jetzt keine mehr da, wie ich hier bin, wenn ich es richtig sehe. Okay. Äh, ja. Ei vergammelt. Was ist denn? Vergammeltes Ei. Jetzt wirst du nicht auf ihm. Nein. Ich habe keinen Platz mehr frei. So, Eipech, ne? Okay, dann wüsste ich das gleich mal irgendwie da oben. Ähm, ja. Boah, das war knapp. Das war knapp. Oi. Die mit ihrem blöden Metallkopf. Ja, geh du mir auch noch auf den Keks. Hau ab. Äh, ich habe mich mal gefragt, warum. Wie? Aufregs, geh weg da. Sonst hast du genauso viel Schaden wie ich. Ja, toll. Der war nötig. Ähm, ich glaube, der kommt gleich durch die Tür raus, ne? Ja. Hi. Ups. Hä? Ich greife ins Leere. Dex. Dex. Muhaha. Glanz heil. Hi. Was mache ich denn mit... Ey. Falsche Taste. Komm on. Das soll ich. Merke ist noch rechtzeitig, dass ich was Falsches nehme, aber... Irgendwie... Ja. Äh, ja. Irgendwie gehe ich gerade falsch. Ich gehe wieder zurück. Dokument lesen. Hier, ich kann es ganz zu jeder was lesen. Oh Gott. Äh, ja. Wo ist das? Äh. Sie will nicht. So. Bericht zur Durchführung der Anweisungen zur Verhinderung von Informationsflex. Oh je. In folgendem Bericht ist die Ausführung ihrer Anweisung beschrieben. 8.53 Uhr. Das Forschungspersonal bestätigt einen Bus. Das besteigt. Achso. Besteigt einen Bus. 8.57 Uhr. Abfahrt von der Forschungseinrichtung in Richtung Flughafen. 9.22 Uhr. Schlafgas freigesetzt. Zielperson ins Koma gefallen. 9.25 Uhr. Bus angehalten. Zielperson zur Eliminierung nach draußen geschafft. 9.44 Uhr. Eliminierung der Zielperson abgeschlossen. 11.03 Uhr. Leichen der Zielperson eingeladen und zurück zur Forschungseinrichtung gebracht. 11.35 Uhr. Leichen samt persönlichen Gegenstände im unterirdischen Ofen entsorgt. 13.10 Uhr. Entzogung der Leichen und persönlichen Gegenständen abgeschlossen. Alle Anweisungen erfolgreich ausgeführt. Ende des Berichts. Yay. Nein, das ist wieder die falsche Tür. Ja. Würd grad sagen. Musst dich ja auch mal aufstoßen lassen. Hurry up! Hurry up! Was ich auch nie ganz verstehe. Wenn man dann hindrückt, warum die dann zum Rücken zu Tür stehen. Er speichert. Einen Augenblick. Bleib mal kurz stehen. So, weiter geht's. Okay. Ja, mein Papi ist nach Hause gekommen und deswegen hab ich mich schnell stumm stellen müssen. Äh, ausrüsten. Pa... Partner heilen. Danke. Danke für die Hilfe. Komm mal! Ja. Komm mal! Bitte, sagen kann man ja nicht. Komm mal her. Komm mal her. Geben. Danke. Oh nein, ich weiß schon, was jetzt kommt. Sniper. Wäre zu empfehlen. Ich hoffe, du machst die meisten Typen platt. Ich hoffe vor allem, ich treffe das BSA-A-A-A-A-A-Zeichen. Danke. Danke schön. Weil dann kann ich ja mit einem Raketenwerfer auf das Zeichen schießen und das BSAA Zeichen. Müsste man das nicht von hier aus irgendwie schon sehen? Nein, das sieht man, das ist weiter unten, unten. Okay. Aber das siehst du erst, wenn das Dings losfährt. Okay Leute, wir sehen uns im nächsten Part, also bis dahin, ciao ciao. Bis zum nächsten Part, bye bye. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG